Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play Chirarion mit den Cheetah Ich cheete nicht, ja, das ist mein zuweime Charakter, aber ich konnte kein löschen für dich Was denn? Was soll ich denn jetzt tun? Weil ich Flügel habe, ist ja nichts Schlimmes Ich hab gerade so eine reingekackte Frames So, weil wir Höhle gehen? Ja, mach was du mir jetzt Unsere Welt wurde schon mit Ademantit und so gesegnet Ich hab mir einen, wie heißt der? Haben Drax gemacht aus Ademantit und so Das ist sehr leicht zu craften Man braucht Ademantit, Kobalt und einen Mitril-Bohrer Und muss alle drei ein Dieser Arschloch hat Ex-Kalibur Alter, das musst du aus Mitril, Ademantit und Kobalt Und zwei in der Seele auf Und Seele all das Schreckens machen, das ist Seele Schreckenskrisse von Destroyer Und Destroyer kannst du... Oh, dass ich dir erst kann nicht erklären, Alter, das ist sowas so ein schweres gewesen Ein Monat die Welt So, nicht schlecht Oh, was soll das denn? Ein Kropf, scheiße Ja, welches Team wird zu gehen? Ach, genau, äh, Blow Blu, gehen wir jetzt mal Blow Und warum heißt das so hässlich? Ich hab mal Und von den... äh, von den... Dings... Weltenfresser habe ich die Laserpistole bekommen Oh, mein Geil Aber kostet nicht Mana Was ist das Aschloch? Warte mal, weißt du irgendwo, wo der Mondaltar ist? Weil ich hab da so ne geile Idee nicht Ich muss lachen, wenn das wirklich geht, ne, dann... Dämonen was? Dämonenalter, du weißt du doch Was ist das? Diese Dinger, die man nicht abbauen kann Hä? Kennst du nicht diese Dinger, die du nicht abbauen kannst? Wenn du die abbaust, ne, dann kriegst du Schaden Das sind Dämonenaltare Genau, wovon du laberst? Ich such mal kurz einen, ich... 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 geh nach Oha Ah, zieht euch den Hackern Junge, ich hab nicht gehackt, das ist Survival Wir haben die ganze Zeit nach Crafting-Rezepte gesucht Und dann haben wir gegen einen Gegner gekämpft Wir haben alle NPCs, ich kann dir die Welt gerne mal zeigen Nee, nee, ich will nicht eure Hacker-Welt ersparen Na, schau mal Oh, die... die ganze Hütte ist aus Holz gebaut Unsere alte Welt, die fand ich gut, ne, aber leider ist sie ja gelöscht worden Edo-Walt 13, meine Lieblingswelt, die so geil war Oh, ein Tampon Ich gebe dir gleich einen Tannenbaum, Alter Mit meinem Ball des Vernichtungs Kriegt man aus allen dreien Ball, Feuerball, normaler Ball und Ball des, ähm, so ein blauer Ball Was jetzt nicht? Alter, wo ist ein Scheiß der Moon, Alter? Ja, scheiße Aber ich, ähm, ich kann, ich gebe dir keine Inventories, ich spiele einfach nur mit Ah, und das Geld sei an den Flügeln, ist ja zum Fall ist kein Schaden, ne? Aber Ex-Kalibur wird nicht gegen solche Schwachköpfe eingesetzt, Alter, den ich jeden Monit Mein Ex-Kalibur ist das stärkste Und da dann unseren schönen Professor Was hast du vorher? Ich habe was stärkeres als ein Ex-Kalibur Ich auch, Laser Ich habe den Ranken auch, Zack L L L L L L 2 Miron 2 Miron O L 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 habe ich mag mich in spiegel im winter natürlich nicht aber dafür habe ich ein strahlfond ich gehe mal ekeland ja ekeland wo bist du das ist unfair ich will mich auch töten weil ich leute mal kurz ich habe noch in meiner kiste einen spiegel egal wo ist ekeland denn ich fliege ich fliege da schnell hin ich bin schneller als der Fehlermeldung jetzt überlebt man nicht mehr auf Deutsch in der Schacht das ist ja dann lässt sich kann ich bin mit Befeiter an die Abschmierungen deutsch Spielmann alles nicht so um und Player und Jürgen Verlangen und bei Euro ist gelandet ich weiß auch wie man Terrarier hat er macht nur gut wenn du Spaß dran hast er hat Spaß daran und ich gehe jetzt mal weiter und nun zack irgendwas geschehen hier und das war ich hier er werden zwar leise kann auch über Tag und Nacht bestimmen ich bestimme aufs Klo ist und wann darf ich nicht muss der doll kauf die Wendel Meno ich habe aber gerade keine gleiche kurz in den Kaufen die Euro Herr Blouse Team ich komme Niko ich komme Niko vielleicht kommt ihr wieder ich nutze meine Flügel mal nicht das ist unfair ach ja ne ach so ich habe noch keine Dings aber ich nehme ich habe gerade keine Tauchflossen drinnen ich wechsle die immer und ich die überhaupt momentan natürlich nicht wie ja du und dein Morgenstern äh da heißt äh Dow of Po da fällt der Name ja 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 Köln Kiefer von Feuerdienst und wir einigen Roten Ballon her schon für mich Nio das Alidas Wo ist das nächste Ekeland? Ja, und wolltest du die ganze Zeit hinter mir sein, ne? Alter, wie ich hier wegfliege, ne? Ach, hier ist ne Wüste? Aber geil! Wüste! Wüste! Wo wir jetzt mal gerne schwimmen gehen? Ne, Alter, wie lange braucht ein Ekeland denn bei dir zu kommen? Auf einer Seite bei linker Seite war es auch ein Ekeland. Ja, auf jeder Seite ist ein Ekeland. Ja, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist es kürzer. Wie? Ja, wieso bist du an die Seite gegangen? Ah, hier ist die Porg! Ja? Ja, ich kann das Geld schon für dich besiegen, wenn du willst. Ne, das willst du ja du machen, ne? Ne, ich will auch mitkämpfen, das schaffe ich doch. Na gut, wenn du willst, ich kann jetzt du's machen. Geh weg, Gaya. Moment, noch nicht. Ich muss immer zu dir kommen. Leg mich am Sack. Verpiss dich, du hässlicher Geier. Geh mal woanders Geier, ich hab kein Geld für dich. Oha, Vergewaltigung! Mann, diese Geier ringen mich auf, ne? Die Geier, ich hab grad auch ein ganz bestimmtes Spielbock. Welches? Artik auf Combat. Aha. Und es ist eine Nacht, okay, gut. Ja, ich kenn das, hab ich doch selber. Hab's leider den Verleihung, den ich mir wieder kostenlos bei Steam holen. Also unter die Steam-Krabbelkiste für kostenlos. Boah, Hammer. Ja, was? Los, Skeletron an! Moment, ich muss leben. Da ist ja unser Glühwörmchen. Ich hab in 50 Leben wieder Herstellung, ne? Ja, gib mal ein. Huch? Und da, aha, ja, den könntest du gebrauchen, ne? Huch? Jo. Was ist das? Leuchttrank? Ach ja, unser guter, alter Leuchttrank. Huch! Der Krab geht es. Die zwei Dummkrieger machen sich auf den Weg. Aber ich werde nicht eingreifen, nur wenn du's willst. Du kämpfst erst mal. Nein, die ganze Zeit greifst du ein. Oh, Minu. Ähm, geh weg. Mit? Okay, Leute. Erster Gegner muss man sagen. Ich muss kackieren. Sieht ihr, wie heftig ich bin? Alter, der zieht mir grad mal eins an. Drück doch her. Na gut, du willst nicht was antun. Bitte sehr. Du bist ja... Ex-Kalibur! Oh! Okay, ich hab' den Stand gegen die Zombies. Oh! Ich hab' ihn gekält, hast du das gesehen? Oh! Oh, ich hab' ihn gekält, hast du das gesehen? Oh, ich hab' ihn gekält, hast du das gesehen? Oh! 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 Sampe mitnehmen! Meine Lampe! Hi... Ich bin erster Jauer... Nein, warte auf mich mal! Mann, das ist voll gemein! Was ist eigentlich, wenn in Summinio untergeht bitte dann auch angegriffen? so jetzt mal so ein Räder und theoretisch sagt hat die genannte Mann macht die Lebensstattel für die Kurve Hohmann Geil Moment aber kommt Leute er macht ganz viel Arbeit ich springe hoch machen ein Tag hier ist es Alter Alter Hör auf mich oh mein Gott ist das geil Alter wenn jemand jetzt lang gehen will hättest du jetzt richtige Arschkarte wenn du runter willst da kommst du nicht durchdoppelboste die Doppelboste Alter Auer die Schüssel Auer ne ich hab die Schüssel die Schüssel brauchst du für die Truhe komm schnell gehen hier ist die Konzert tschüss mein Spaß Auer Auer in der Krieg sind die Auer Prozent und schnitzigerweise so knur aber jetzt ist ein Leiter schon wieder auf ein Zeichner da werden die Dings der Entschlüssel der Kiste ja Köln 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 Ich kriege hier die ganze Zeit Schaden, Alter. Da sieht er einmal mit den Minions zocken und schon ist die Post ab. Tja, der geilste Terrarium-Spieler. Ich weiß, wie man alles kriegt. Ich dachte, jetzt Excalibur kriegt man zuerst in... Oh je. Kannst du mir die Sachen mitbringen? Jo. Was ist da denn? Ah, der Blue Moon! Der ist einer der Teile von MeinBall. Ich versuche mal mit Inventurierte. Elf, Iron. Also, du bringst mir das mit, ne? Und Internet abgekackt. Hammergeil. Internet abgeschmiert. Du bist abgeschmiert? Dein Internet ist abgeschmiert. Oh. Hast du gesehen, was ich da geschrieben hab? No. Aber ich versuche, zu Nico zu kommen. Ich muss mich jetzt wieder töten lassen. Nein! Doch, wir gehen jetzt mal ekelaan. Ich will mal was machen. So, ich komm mit rum. Au. 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 100.000. ... Doch, ganz gewöhnlich. Weißt du, wie viel der Abschied immer ist? 8000. Also, 16.000 Meter ist die Map lang. Ach so scheiße. Jo. So ist das mit ich und Leon mal ausgetestet hier. Und, Alter, meine Gold Coins. Hast du den NPC schon bei dir? Nein. Kannst mir denn die Sachen geben? Ja, die Krankenschwester, bitte. Oh ja, das ist gut. Okay, hier ist einmal der blaue Mond. Die Elfeisen, mehr war da nicht. Das waren nur drei Sachen und eins davon wurden nur Pfeile. Naja, Elfeisen, Leute, das ist gut und das ist ein Morgenstern. Das Auge von Shing Lu. Das Auge von Shing Lu. Was ist das? Zeig mal. Das ist riesig ein Auge. Zeig mal. Warte, komm raus. Geh aufs Dach. Also mal aufs Dach zu kommen. Kein Problem. Spider-Man! Das Auge von Shing Lu. Leute, hast du da? Und wie findest du einen neuen Ball? Aber meiner Skyler. Ah, nee, die... Angriff! Was? Oh, Leute, ich hab's gekillt. Habt ihr das Gesicht? Ist es nicht tot? Was? Warum wird dieses Ding bießig? Tod. Oh, ich hab's wieder gekriegt. Und du hast dein Monit bekommen. Dein Monit? Hast du auch was? Nee, ich hab Wurmkühle auch noch. Nur einmal aber. Wie wie dein Monit hab ich denn bekommen? Hat mich das nicht. Und wo steht das denn? Wo bist du dein Monit? Ach doch, 52. Geile Scheiße. Verarbeite ich mal kurz. Du musst den Dings, den Wurm töten, dann kriegst du... Wollen wir? Ja. Alter, alter, alter. Excalibur. Leute. Ich weiß, es ist langweilig. Nein, es ist nicht, ne? Aha. Ja? Ja, und so Christus Vollhammer geil. Du gehst aus, Mann. Los, Morgenstern! Der Ekeland, komm, los geht's! Du sollst das in der Art Tat machen? Ja. Ja. Mach mal. Okay. Spaß. Guck mal, Leute, wie gut ich geworden bin. Das ist der beste Pro, den ich kenne. Okay, ich hab mal noch einen Ekeland-Ausbau. Äh, das kommt gleich. 6. Äh, ey. Äh, wir haben's jetzt 21 Uhr 47 und jetzt kommst. Um 21 Uhr 50 links abbiegen. Äh, Nico, es ist 22 Uhr. Was glaubst du? Oh, dein Ohr geht eine Stunde zurück. Was glaubst du? Ich hab dir gestern wieder richtig eingestellt. Ehrlich, die geht eine Stunde zurück. Fick dich. Ich mein's ernst. Hey, deine Uhr ist jeden Tag anders. Wenn ich mal jetzt die Uhrzeit einstelle, war Gm, vor ein paar Tagen auch so, sagst du, ist es 2 Uhr, dann bin ich ja schon. Du sagtest, es ist 22 Uhr, hab ich so eingestellt. Nächsten Tag waren's 21 Uhr. Deine Uhr spinnt. Oh, so Handdrecks ist ja beides. Hab ich vergessen. Ach, Nico hat sich hier schon runtergebaut. Ja. Stopp und ja, und jetzt darf ich nach oben gehen. Wegen Nico, weil er sich hier runtergegraben hat. Hab ich gar nicht. Wo, äh, wo geht's denn hier in so eine Eklan Dungeon? No. Ich bin immer verrückt. Jedes einzelne Mal? Jedes einzelne Mal. Oh nein, ihr hässlich. Oh nein, ihr hässlich. Hubert! Hubert! Wisst ihr schon? Leitkristall. Bring mal mit. Na gut, ich muss hier erstmal was aus dem Inventar werfen. Äh, mir ist auch eine Perle. Blumeau! Ah ja, da, 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 komm schon. Hier runter. Oh nein, ich krieg Schaden. Wie kann das sein? Ich hab doch den Pfundhammer. Ey, Junge, das ist doch unmöglich. Das kann nicht sein, dass du da... Alter Schwede. Kannst du einen Weg zu mir graben, kurz? Das nie. Du, guh, guh. Hey, was, ein Weg zu dir? Okay, warte, ich komme. Alter, Alter, scheiße. Miron, komm nach oben. Alter, es geht so tief runter, weißt du das? Ui, nicht da runter. Ui, das war aber knapp. Chill dein Life, du scheiße, ekelfähig. Hi. Kannst du hier runterbauen, hier? Wie hochbauen, oder wie hochbauen, oder wie hochbauen? Nee, da ist nix. Da war ich schon. Ja, uu. Mann, ich bin auch angewöhnt. Äh, mal kurz. Klapp mal nach oben. Ach, ja, der, der doppel Sprung, der Junge. Komm. Ich zeig dir, wo's lang geht. Du, äh, komm. Hier. Why? Ja, ich bleib immer da. Alter. Ich bleib immer da stehen. Äh, wo du grad... Ah, Mensch, schalte ich mal kurz da fest. So. Meine Fress ist da hier scheiße tief. Ich zieh hier gerade runter. Ich sagte, wann du anhalten musst. Oh, das war richtig. Genau. Hier. Äh, da ist ne Perle. Soll ich da rumhauen? Tatada. 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 Hammergeil. Mann. Mein neues Wort, Alter. Von Hadi aus Pizzi mit ihm, Mann. Und dieses Jahr gehe ich auch zur Gamescom, oder? Mach was du nützt. Geweck der Horror. Jetzt. Ein Moment für uns. Eine Moskete. Eine Nimmelmoskete. Wollen wir jetzt mal gehen in den Brom? Moment. Wie kann man denn noch gegen den Antreten? Ich hab Wurmkühler. Ha. Das gibt es heute auch noch. Ja, hier, Wurmkühler. So, bleib genau hinter mir. Oder so geht auch. Excalibur, macht sie alle. Ich bin sehr stolz auf die. Excalibur hab ich ganz am Ende bekommen, weil... Ich hab so lange auf Excalibur gewartet, das kannst du ganz klar. Ich zeige ich dir, wo der Arma hängt, Wurmilein. Oh, er will mich vergewaltigen. Ich muss die nur beiden Seiten fertig. Mein Gott. Der ist nicht mehr ganz. Das ist noch mal ein halbes Wienchen hier. So, ich hab hier erstmal das Deinemony abgebaut. Oh, hab ich das Deinemony jetzt aufgesammelt? Ähm, nee, hast du das Deinemony aufgesammelt? Weiß nicht, ich muss jetzt erstmal... Tak, ohne SKO. Ranteilgramm, hier liegt Sachen. Hier liegen Sachen. Und da hast du noch ne Kugel. Danke, dass du mir so hilfst. Hier ist noch Deinemony. So, ich, ähm... Was, mein Inventor ist voll, leck mich fett. 27 Deinemony habe ich. 27 Uhr niemals, du hast doch Lockernsteck irgendwo. Nein. Nee, dann hab ich den Rüstlichen aufgesammelt. Ich hab ja noch nirgendwo Deinemony. Du musst doch einen Steck haben. Malta. Hab ich ehlig nicht. Oh, doch, sorry. Oh, Mensch. Entschuldigung, Mann. Wolle schnell, das ist Abbau, alle hier liegen. Ja, Mann, leck mich, nein, schwarz. Ihr bitte sehr. Moment, ich hab Mana-Ring jetzt. Ich hab Mana-Ring. Hm. Hm, dann muss ich kurz meine Sachen schlucken, wenn's okay ist. Du brauchst auch diese Schattendinger, ne? Diese Schatten, äh, Teile. Schattenspur oder so. Ja. Genau die. Ja, noch ne Muskelte! Oh nein, ohne ohne, in die Muncessor konsumiert sofort. Ha, wohnt, 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 wohnt? Wow, wohnt, wohnt. Ja, 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 ja. Geh noch mal. Genau, du ein kleiner Wort. Vata, 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 Vata. Komsociety-P экспер-Kontor mening. Warte mal, ich zuke dem Kon gemeint. Ja, und sie auch. auch ich will meine Herzen gut denken musketen anklopfen weil wir ein Wappentyp bei dir einziehen aber geil ja du musst es und hier sind auch Schattensporn neuen Gebt uns Hilfe wir werden nur noch 36 1 mit nicht fest ich bin hier der Koppelgarten und Arbeiten und hier ist noch mal ein Mann meine Damen und Herren und noch eine Kugel die und sich jetzt unter den Nagel reißt im und geht das geklaut nur sehr Moment und ich habe jetzt schon mal zu zweit nur über ein muskete das muss sie erst noch verdienen das ist er hat es am Arschlecken Nini ja ich war schon mal ein ja ich hab noch morgen Sterne noch nicht bereit bei dritten mal kommt er immer die Moskete Wer tut mein Lebensreiter der mir so gute Sachen bringen wie Töten 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 das ist alles durch weiter das ist weil er da liegt noch was bisher war nach Hause ja und wie soll ich noch nie ja was soll ich noch einmal wieder jetzt heißt es erst mal dein Monit kräftigen ich mach das auch mal ich habe auch noch ein bisschen dauernd nicht ja auch noch ein bisschen dauernd eingesammelt so als er sich für dich klar ich kann ihnen schwer machen was sollte ich mir gehen 15 wie viele Armin Kasse denn 99 und 5 Beine man das war aber knapp so was konntest du dir nur machen krass kannst du noch was anderes aus deinem Monit machen ja ein Bogen, ein Schwert, eine Axt ich bin so schnell ich bin Sonic ähm naja definiere dein naja alter boom ja hammergeil ich beende die Aufnahme danke Myron so okay ciao 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 ciao